Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video und auch einem neuen Kennnamen, Baldi, Basics, das ist so eine falsche Pizze. Egal, so ein Pizze Art Spiel, was das halt auch so ein Horror Spiel ist, weil ich grüße mir, dass hier es noch gar nicht ist. Okay. Das ist sehr einfach, so wie einfach. Was ist das? Es ist ja etwas Schlimmes. Was? Wer warst du? Hallo? Dann brauche ich von diesen Notbots sieben oder sieben und das nächste. Warte, es ist nicht so weit, Dede. Was willst du? Okay. Was willst du tun, denn Gott hält? Ein grünes Notebook, immer das nächste. Auch wieder eine Schere und Baldi. Apropos, was ist das? Gedeppel, Sippel, Kies. Oh, kann ich mir damit? Wieder bald die Witze resumieren. In jedem Fall. Tod, ja. Was ist das? Okay, wir müssen mal hier alle Notbots, halt die alle zwei Notbots, doch machen wir dafür, dass die gelbe Tür durchkönnen. Ich würde gerne für die Horror-Apps klappen, sokkur mit den Sokolate. Notnetcoins. Ich nehme mal diese Uhr. So, mach das. Weiß ich nicht. Ja. Ich gehe. Und das war Part 1.